Hi, mein Name ist Christian Weise. Ich bin Verkäufer für Teil und Zubehör bei B&K Arden-Winsten. Und heute zeige ich euch, was man so einem Mini Cooper S alles rausholen kann. Wir haben vier Kleinigkeiten, die wir diesem kleinen Auto spendieren werden. Ein Gewindefahrwerk, eine Sportbremsanlage, eine Leistungssteigerung, ein Klappenauspuff und neue Felgen. So, wir beginnen mit dem John Cooper Works Gewindefahrwerk. Verstellbar in der Höhe und eine sportlichere Dämpferkennlinie. Hat den riesen Vorteil, dass das Go-Kart-Feeling des Minis verstärkt wird und die Optik deutlich verbessert wird. Des Weiteren werden wir eine John Cooper Works Sportbremsanlage verbauen, die eine erheblich größere Ramscheibe und einen deutlich größeren Ramsattel hat. Des Weiteren werden wir das John Cooper Works Tuning Kit verbauen. Die Sportabgasanlage wird gesteuert über einen Bluetooth-Dongle, der sich im Fahrzeuginnenraum befindet und über Doppelklick den Trackboard aktivieren kann. Und zum Schluss gibt es noch neue Räder. Die Sportabgasanlage ist eine große Ereth. Wenn man aus dieser Stördl einen Platz hat, wenn man aus dieser Räder zu bekommen muss, im Fahrzeug zu verhörren, dann werden wir weiterführen. Ja.